Herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier in Ready or Not. Es geht weiter in der 1.0, die Vollversion von dem Spiel ist quasi rausgekommen und wir sind jetzt heute hier zu viert unterwegs Richtung Streamer. Wir müssen nämlich jemanden swatten, aber nicht zu Unrecht, sondern der hat auch noch eine Geisel genommen, hat einige bewaffnete Gangster auch am Start und eine große Serverfarm. Ich würde sagen, da schauen wir doch mal vorbei. Viel Spaß und los geht's. Okay, los geht's. Okay, schön rechts halten. Wir gehen erst mal hier rein. Die schlossene Tür rechts. Ich würde die Tür verbarrikadieren. Check. Sicher. Erledigt. Okay, wir gehen hoch. Gehen vorbei und weiter geht's. Schön von oben nach unten arbeiten. Zwei bleib rechts, zwei bleib rechts, dann kann ich den Balkon machen. Tür ist zu. Ich gehe davon aus, dass da jemand drin ist, deswegen würde ich jetzt gleich aufmachen und dann eine Blendgonate wollen. Zwei hast du eine Blend? Bereit? Ne, das habe ich nicht vor. Okay, auf mein Kommando. Bist du bereit? Check. Drei, zwei, eins. Holy shit. Okay, wir haben einen Täter, der sich ergibt. Ich gehe rein. Wir haben noch einen Täter, linke Seite. Voll. Durch. Ich gehe zur Tür. Wir haben noch einen Gang, jemanden. Da ist kein Bock auf uns. Gang am Boden. Check. Ich mache die Tür erst mal zu. Ich komme rein. Neben Raum. Drei, zwei, eins. Du darfst. Tür ist offen in den hinteren Gang. Achtung. Eine Person. Hier folgt sie. Geh du vor. Geh du vor. Nimm fest. Check. Eine weitere Person in dem Raum. Bleiben Sie doch. Sehr gut. Ich würde als nächstes die Tür hier draus machen. Drei, zwei, eins. Gut. Hier auch alles sicher. Sehr gut. Wir kommen zurück. Sissi, wir warten hier. Kaffee ist aufgesischt. Gut, also im Gang liegt einer schon am Boden. Achtung, vor allem, wenn wir jetzt da rausgehen, dass eventuell dort im mittleren Bereich jemand steht oder direkt rechts von uns. Okay? Zwo, eins. Kontakt. Links, rechts. Der rennt durch die Gegend. Aff. Okay, am Boden. Lade. Die Person, glaube ich, ist die Trette runter. Achtung auf den Flur hier. Ich höre links Schritte. Links Tür. Okay, die drei. Mal bitte beide festnehmen. Die vier decken. Team 1, wir gehen jetzt gleich hier vorne rein. In die Tür. Oh, wir werden beschossen. Von unten, oder? Von unten wahrscheinlich. Geh. Hat wer die Treppe hin, oder? Die zwei, achte auf die Tür. Okay. Zwei auf die Tür achten, ich hab die Treppe. Alles festgenommen, übernehme Treppe. Sehr gut. Okay, die zwei bereit. Check. Achtung, C2. Sollen wir gleich mit rein? Im Anschluss, ja. Ich gebe euch ein Befehl. Achtung. Kopie. Bereit. Woher? Okay, drei, zwei, eins. Rein da, rein da, zuschreien. Wir haben links jemanden. Links, Achtung. Da hinten ist noch einer. Land raus. Ich gehe. Im Durchgang haben wir auch noch jemanden. Hab ihn. Ich habe hier noch einen Zivi auch am Start. Ich nehme den fest. Rechte Seite ist noch ein Zivi. Oh, hat die Waffe wieder zu. Messer. Ich habe Michael. Ah, verdammt. Wie ist der Status? Alles sauber. Drei und vier rein. Drei und vier rein. Drei und vier rein. Dreck. Festnehmen. Drei und vier vor allem im hinteren Bereich. Links die Türen im offenen Gang. Entschuldigung, um zu sprechen. Gut zu gehen. Geht zu hoch. Der zweite Raum ist nämlich schon klar. Geht zu gehen. Achtung, ich komme. Okay, bereit machen. Check. Drei, zwei, eins. Achtung. Einer am Boden. Weg hinter dem Bereich des Raums sicher. Gesichert. Das Setup gefällt mir. Sehr gut. Ich melde den Computer. Wir haben hier ein paar Streamer im Chat. Und Counter-Strike spielt er. Gut. Okay. Dann. Zurück. Und wir gehen wieder zurück in den Gang. Ihr müsst jetzt soweit alles gesichert sein. Habt ihr alle Waffen gesichert? Alle Beweismittel. Sollten. Gut. Dann. Alle Mann Format. Unten waren Schützen, dass ihr dran denkt. Unten zwei Personen bereits ausgeschaltet. Noch nicht festgenommen. Dann würde ich trotzdem bitten, eine Blend bereit zu machen. Kontakt! Ist auch hochschaltet. Hast du noch eine Blend? Ja. Auf dein Kommando schmeiß ich. Ich schreie, wenn ich schmeiße. Dann los. Okay. Ziehe und schmeiße. Copy that entry team. Los. Polizei! Polizei! Direkt der Bereich. Zivilist vermutlich. Ich bin links Seiten Leute. Check. Talk. They're down. Talk reporting. Ich bin links die Tür zu einer Server Farm. Nehmt die Leute fest. Ich halte die Tür hier. So lang. Ich bin aktuell alleine hinter dir. Okay. Alle Mann, alle anderen nachrücken und alle festnehmen. Beweismittel sichern. Drei, vier nehmen, äh, nehmen fest. Ich achte auf den Civi. Talk to Element. Copy. Clean house and we'll take them out. Hier liegt die Granate. Das wir sie nicht benutzt haben. Alle Mann, alle waren bereit? Ja. Roger entry team. Great work. Check on. Ich werde ne, ne, ne stun einsetzen werde ich. Achtung. Okay, rechter Bereich soweit sicher. Linker Bereich. Ich gehe mal jetzt durch, dass wir den Server gefunden haben oder die Farm. Ja. Bereich sicher. Stockfax scheinbar sicher. Okay. Okay. Sehr gut. Können wir von hier unseren Keil entfernen? Vermutlich nicht, oder? Wir können ihn nur, doch, Hardcore, können wir ihn rausschneiden. Okay. Hier kann auf jeden Fall keiner rausgegangen sein dann. Nein. Gut, dann. Weiter geht's. Alles soweit reported? Check. Gut, wir haben noch Zivilisten. Dann. ein Stockwerk runter, Leute. Rechts halten. Copy ein. Linke Seite. Zwei übernehmen. Ich decke. Kooperativ. Sehr gut. Mission komplett, Leute. Gute Arbeit. Wunderbar. Jemand verletzt? Nope. Der Jam-Bert war wichtig. Am Ende. So, zwei von drei Soft-Objectives nur. Okay. Eins haben wir nicht gemeldet scheinbar. B. Zuline. Dafür, dass wir keine Abzüge bekommen haben. Hier, hier, hier hat zwei Waffen vergessen, was zu sichern. Echt so. Zwei Waffen wurden nicht gesichert. Und eine Sache wurde nicht gemeldet. Und eine Sache wurde nicht gemeldet. Und eine Sache wurde nicht gemeldet.